das probieren wir jetzt gleich mal rechte maustasten ne rechte f das ist blödsinn f 1 bis 3 so gut aber ein riss sehe ich hier keinen aber vielleicht sind die nur an manchen stellen ist schwierig zu finden hier ist auch überladen die karte gut man kann filtern das ist mal klar aber sehenswürdigkeiten da sind die dinge schwierigkeit gut das heißt halt wo man hingeht ist klar um die anfangszone hier selektiv ja das sind diese risse hier hier ist ein riss zum beispiel das könnte man ja machen leute warum denn nicht das machen wir auch gleich würde sagen gehen wir zu diesem riss hier dann probieren wir das aus kurz was gucken ja medizin haben wir genug jawohl ich helfe euch gerne leute also ihr helft mir auch immer alle macht im volke so das mögen die zwar nicht wenn man sich stück weg da würdest du mich vorbeilassen dankeschön keine zeit so dann haben wir sich nach oben ja ja du sei froh dass ich jetzt weiter will sonst wärtest du dran für den spruch so da vorne ist der riss weil das nicht mehr ah da ist ein seil was heißt ein seil jo seil kann man sagen ein seil über die straße der riss ist da oben oder was ne so da gehen wir lieber zivilisiert runter ist besser wie einfach hüpfen so ich hoffe das wird jetzt nicht wieder so eine diskotheken party also ich muss sagen das ist echt schlimm das ist das ist ungut für die augen leute und wie gesagt ich habe kein epileptisches problem oder so aber das ist echt ungut für die auge dieses geblitze und geblinkete was sie veranstaltet haben das ist nicht nice so schau mal dahin helix riss belle oque training geldbelohnung ja da kriegen wir ordentlich kohle na das machen wir doch da sind wir dabei schön dass du da bist du musst unseren agenten befreien und das portal erreichen der ist hier eingesperrt oder was versuche so viel wie möglich davon zu sichern das ist schon eine Art Hürdenlauf ja das ist ein Hindernislauf sofort analysieren die daten sind verschlüsselt bleib einen moment in ihrer nähe damit ich darauf zugreifen kann das ist cool das ist echt geil das ist so eine Art Hindernislauf ja ja ich ich gebe Gas die grünen sind aber hoffentlich mehr wert dann wenn ich schon da in der nähe bin so runter da zu ihm oh 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 da sind wir bei einem vorbei aber ist egal es gibt ja genug hier was ich muss sagen die Hintergrundstore zu diesen Daten finden ist cool da unten ist so eine Datenpolizei wahrscheinlich das ist nicht so gut so wieder rauf wir haben fast die 300 also wie man die kriegen ist scheißegal so wie ich das sehe das ist auch klasse ich kann machen was ich will also das finde ich super der gibt gleich 50 her ja den Hammer da ist der letzte so das locker zackig flocke ich geht es so jetzt habe ich nur mehr eine Minute Restzeit oder was oh scheiße so wo ist er äh gefangene Assassine okay der ist oben oder unten ah scheiße der wird unten ah da kann man rüber okay ja er ist unten so runter 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 kommt so viel Zeit haben wir nicht mal ah du kommst du machst es wow also ne den kann man auch sammeln so was muss ich jetzt machen jetzt rein du hast nicht mehr viel Zeit aber sichere so viele Daten wie möglich bevor du gehst jo das heißt wir sollen hier nur Daten sichern dann kriegen wir was oder so irgendwie jawohl da sind wir dabei so gut ich versuche 700 zu finden Hammer fast ne 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 runter 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 ah no komm wie viel haben wir noch oh leider nicht geschafft Leute 20 ja aber das nächste Mal weiß ich wie es besser geht und so war echt nice okay so rein da sonst sind wir tot also das macht auch Laune muss ich sagen das hat schon Sinn das können wir jetzt nochmal machen oder was diese Erinnerung bewerten wir könnten versuchen die 700 ich versuche das nochmal die 700 zu kriegen vielleicht können wir das nochmal machen weil die 700 kriege ich locker hin und es haben nur mehr 20 gefehlt Leute also das ist schon okay wenn ich ein bisschen weiß wie es geht und das weiß ich jetzt dann schaffen wir das locker wir schaffen das äh der Leitspruch so warte mal Leute da sind jetzt zwei oder was da ist noch einer Null ah ne das ist ein bisschen schwieriger dann okay da sind mehrere anscheinend jo den machen wir aber trotzdem leider können wir den nochmal machen aber ist in Ordnung wir machen einen neuen zumindest probieren wir das ne der ist ja schon ein bisschen schwieriger angegeben hier wahrscheinlich gibt es weniger Daten Reste oder sie sind 2.100 oder so irgendwie ne ja das merke ich die er gefunden hat ja ich bemühe mich so wir gehen da noch ein kurzes Stück gut gemacht toller putze danke dass du mir die Kommentare immer abgehst aber ich glaube ich kriege es auch so hin der will abhauen hier dieser Daten Dings da so 500 das wird aber schon ein bisschen schwer so der gibt 50 den nehmen wir auch so dann rein da und weiter geht's auch viel Zeit hat mir hier auch nicht gerade keine Zeit um in Deckung zu gehen Leute ey was wollen die von mir scheiße hier kriegt man voll aufs Maul auch ey das ist nicht leicht hier jetzt weiß ich was da so schwer ist so bald haben wir es aber das ist nicht leicht gut die 500 ist schon leicht dieses Geblinker geht mir am Nerv Leute sonst ist es okay das Geblinker ist ein Wahnsinn wo ist er? ah da ok ok runter 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 so wir müssen da runter so jetzt holen wir uns nur ein paar die schaffen auch noch die paar das ist ein 50er gleich so das ist echt kompliziert bleib hier stehen du dummes Teil so jetzt weiß ich auch wie es geht ja ich beeile mich ich beeile mich das ist aber nicht so leicht Junge oder Mädel oder wie auch immer geh aus dem Weg jawohl wir haben es so jetzt können wir uns schleichen hoffentlich nochmal heilen so abhauen abhauen wir haben es geschafft Leute das war schwierig und wir haben es geschafft wenn man weiß wie es geht dann ist es okay nichts wie raus hier boah ist das kompliziert was für eine Action das ist geblinker ist bösartige haben wir schön warte mal erneut spielen das haben wir geschafft zurück zur Helix nächsten Riss spielen diese Erinnerung bewerten zurück zur Helix zurück zur Helix heißt nächsten Riss spielen diese Erinnerung bewerten ich drücke jetzt mal E ja E ist praktisch meine unser Spielgebiet Paris das ist mit Helix gemeint aha okay interessant interessant aber ich denke wir haben gut abgeräumt das war schwieriger als das letzte und wir waren besser als das letzte das heißt es hat gut hingehauen da gibt es nur mehrere jetzt das ist cool das ist richtig cool aber auch ordentlich schwer schauen wir nochmal kurz auf die Karte die sind immer hier diese Risse jo nice one Leute nice one also das macht echt Spaß das muss ich sagen es ist schon ein bisschen schwierig ich versuche jetzt mal das da zu finden dieses Artefakt es juckt mich jetzt einfach das zu finden ich werde mich bemühen wo ist es denn links okay ist nicht so leicht das ganze hier aber sehr interessant Alarmglocken braucht keiner oder für das kriegen wir sogar Kohle glaube ich ha cool so dann schauen wir mal da oben sollte das Artefakt sein wir müssen nach oben hier ist kein Alarm wir müssen da rauf okay holla 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 rauf 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 das machst du fein die fein die fein die komm hopp da muss irgendwo ein Fenster sein ich sehe es auch schon links äh rechts jetzt weiß ich nicht mehr wo links rechts ist das ist so hopp und rein so und schau dich hier mal um das muss hier wo sein äh da muss es sein was ist das das ist das oder ist das nur der Spärcherpunkt ich glaube das ist es ich glaube das ist es Leute wir haben das Artefakt gefunden nice one oh so dann gehen wir mal nach oben hier kann man sich schön breit machen und wir suchen uns vielleicht das nächste Artefakt gibt es noch eins in der Nähe vielleicht äh was ist ein F das sind irgendwelche Aufträge ne hier wird es nur eins geben da gehen wir auch hin äh wir würden schon alle Aufträge machen auch die Morde die ich jetzt nicht so mag aber im Moment machen wir mehr das was Laune macht die Morde muss ich sagen die machen keine Laune ich will nicht sagen nervig aber es ist halt blöd wenn du nicht weißt wohin rennen sollst ne beziehungsweise falsche Angaben von Ubisoft ich meine sie schreiben mir acht Orte ich muss auf dem rumreiten sorry schreiben mir acht Orte und es gibt nur sechs das ist dann verarsche so rüber da wow geiler Hüpf der war cool so dann gehen wir da oben entlang komm ja ich hab grad keine Zeit ich bin beschäftigt ich kann nicht ich bin beschäftigt hörst du nicht so da rüber hm ich hoffe da komme ich rüber oh scheiße ich glaube das lassen wir rüber geh mal lieber zivilisiert runter man muss nicht überall Rambo sein ne wenn es so schön rüber geht hier na da läuft er wunderbar 100 Meter Leute da rüber über die Mauer oh hallo Jungs Schnauze so ich glaub du darfst weiterleben sofern du mir nicht am Sack gehst guter Versuch ich schnapp dich ich schnapp dich jaja siege siege da muss aber schneller sein nur wenn du mich schnappen willst es ist nicht mehr weit Leute rüber da so rauf da und da ist es äh irgendwo unter uns vermute ich mal oh ich seh nix Baum im Weg ich seh gar nix wo geht's denn da rein äh ich seh einfach gar nix es wird unter mir wahrscheinlich sein gehen wir mal da hin zur Frau da hop Dame auf die Seite ich muss da rein hallo ah no her auf zu spielen so äh unter uns ist es ok ich hab's weg da jo jo bla 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 Dame so da ist es da ist es ich hab's yes wir haben's Leute nice dann wird auch gleich gespeichert das ist auch nett so und dann schauen wir was machen wir als nächstes was haben wir hier ein Nostradamus Rätsel äh das ist auch ein bisschen ungut sag ich mal aber wir könnten diese Truhen hier machen wobei da weiß ich noch nicht wir müssen das nur freischalten hab ich jetzt nicht Punkte zum freischalten gekriegt da schauen wir jetzt mal nach Leute und zwar wo ist denn das äh Charakter anpassen ich glaub da ist das oder ja Fähigkeiten genau so schau mal was können wir da freischalten haben wir Punkte oder nicht drei haben wir genau so was ist das hier das kostet 10 das ist jetzt nicht so der Burner das kann ich noch nicht machen da müssen wir erst äh zur Sequenz 5 okay was kann ich noch kaufen da haben wir keine Kohle dafür da haben wir Kohle dafür aber dafür keine Kohle haha so Fernkampf was gibt's noch Auffüllpunkte ist jetzt nicht so wichtig finde ich auch nicht so wichtig Geld werfen eine Leuchtbombe was bringt das das ist ja wie Rauch eine Leuchtbombe die Gruppen von Gegnern betäuben kann wenn sie ausgerüstet ist drücke sie F um sie schnell zu schießen okay und die schlafen jetzt oder was schauen wir mal Tutorial hm also ich weiß nicht recht ob das was ist schauen wir mal Nahkampf was da so gibt Feines da können wir noch was machen ein Angriff der Gegner aus dem Gleichgewinn ohne Kurzzeit sich betäubt zum Ausführen im Kampf Dings drücken Leertaste ja das könnte man eigentlich nehmen das hört sich praktisch an besonders bei schweren Gegnern das nehmen wir Leute da habe ich nur einen über aber den brauche ich jetzt nicht den behalten wir haben wir wieder etwas mehr gelernt so und wir schauen jetzt trotzdem was werden wir machen als nächstes äh warte mal ich würde sagen wir gehen wieder zu unseren Rissen hier wir machen wieder mal einen Cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen Kommentar ich würde mich wirklich drüber freuen bis zum nächsten Mal euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe Tschüss wie immer noch nicht so jemals und warte mal das kia Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020